Ja, ja. Willkommen an Bord und so weiter. Die Ansprache kommt später noch. Jetzt brauchen wir erstmal dich und deinen großen, starken Drohnenfreund, um einen Server vom Dach der SRS-Zentrale zu klauen. Kriegst du das hin? Bin unterwegs. Ach, ne, mit R. Klappt ja nicht so gut. Ähm, ich glaub, wir brauchen ne neue Karre. Ich wollte eigentlich die Karre da vorne nehmen, aber hier haben wir wenigstens ein bisschen Radio noch. Ähm, blab hier vorne. Forge your future. Ich wollte eigentlich Q drücken und die E. Scheiße. Halt an. Halt an. Steige ihm hier ein. So. So. Ist schon sehr geil, wenn man mal bedingt, dass Lindrock fällt mir jetzt erst auf. Ernsthaft. Ich muss mal, ja. Will man einmal mal kurz was erzählen und dann versaut einem wieder alles was. Ja, man denkt, dass das hier ohne RTX ist. Und dass das sind die hohen, nicht die sehr hohen. Das heißt, die sehr hohen Einstellungen sind ja nicht die Ultra-Einstellungen. Das ist schon geil. Sieht schon nicht schlecht aus. Das ist Next Gen, Leute. So sieht's aus. So. In zwei Jahren sag ich das gleiche wieder. Ich wollte eigentlich das Motorrad. Sag mal, wo soll ich denn hier langfahren? Ich bin noch hier vorne schon... Entschuldigung. Was war nett für eine Drohle? Oh, hier ist ein Polizeiwagen. Ähm. Irgendwo... Kann man hier rein? Nee. Okay. Ich will mal ganz kurz was nachgucken. Wie weit kann ich hier rauszoomen? Soweit. Okay. Äh, ich wollte noch mal ganz kurz die Mapgröße nachschauen. Achso, das sind die Tasten von der Tastatur, die ich hier höre. Ich bin da. Ich markiere den Server mit der AR-Rekonstruktionssoftware. Er ist außer Reichweite. Du brauchst also eine Schwerlastdrohne, um ihn zu stehlen. Da vorne. Das ist aber nicht unsere, oder? Melde dich zum Dienst. Toll, jetzt sind wir hier vorne hingeeiert. Ah, toll. Sieht aus wie ein Jaguar. So. Sieht schon geil aus. Fällt mir jetzt erst auf. Jetzt erst. Macht mir irgendwie Spaß, ab und zu mal da auf Kuh zu hämmern. Ich weiß nicht warum. So. Frachtdrohne. Auf fünf. Oh Gott. Alter, voll geil. Wie kann ich das jetzt? Das freu ich nicht. Wo soll ich damit jetzt hin? Wie weit ist das? Ich will nochmal kurz hier vorne direkt. Ach, da unten. Das ist ja überhaupt nicht weit. Okay, der Server ist im Fahrzeug verstaut. Jetzt bist du dran. Oh, und fahr vorsichtig. Wir wollen ja nicht, dass du in die Luft fliegst. Komm schon. Ich weiß, was ich tue. Ja, ja. Ich hab was vergessen. Ich weiß. Das passt. Bleib in der Gegend, bis ich genug Daten auf den Server runtergeladen habe. Das kriegen wir hin. Können wir noch ein bisschen an Temse gehen hier. Ein bisschen an dem I6 sehen hier. Download abgeschlossen. Ich brauche mehr Daten, also schicke ich dir die Koordinaten zu einem neuen Ort. Das ist klar. So. Oh Gott. Das ist brillant. Schaut euch das an. Es sammelt Daten von der Überwachungsinfrastruktur. Nahen CDUS-Drohnen, zivilen Optics, Kameras. Und setzt auch diesen Bruchstücken dann zusammen, was vor 24 Stunden an diesem Ort passiert ist. Fantastisch. Fantastic. So. Sag mal. Wir wollen da lang. Autopilot deaktiviert. Ja. Kein Wunder, wenn du irgendwo lang fährst, wo du hin sollst. Du hast das Fahrzeug identifiziert. Suche nach der Ursache. Hab ich jetzt eine Rude gemacht? Ja, jetzt erst. Ach, dann überlappen die sich. Weg. Ach, fuck. Ich hab ja nicht jetzt immer von draußen. So. Oh Gott. Macht schon sehr geil Spaß. Muss ich schon sagen. Oh Gott. Wenn nicht so viel aus. Der danzt voll ab hier. So. Oh. Guck mal hier. Was steht da oben? Keeping yourself. Ja, ist klar. Wagen reagieren zu langsam. Du bist zu weit weg. Ich arbeite über deine Optik. Deshalb musst du in Reichweite bleiben. Ja, beruhig dich. Ach, wir schlangen auf anderen Seite aus. Okay. Daten aus Optik, C2S-Kameras, Mikrofonen, Laptops. Meinst du, der SARS guckt damit manchmal Leuten beim Vögeln zu? Oder benutzt er es überhaupt für irgendwas anderes, als Leuten beim Vögeln zuzuschauen? Äh, Begley. Wir haben Gesellschaft. Shit. Kannst du deine neuen Freunde irgendwie loswerden? Sie vielleicht zu einem Töpferkurs einladen? Oder ihnen unangenehm persönliche Dinge erzählen? Ganz egal wie. Komm einfach nur heil am letzten Zielort an. Scheiße. Okay, dann mal los. Übertragung abgeschlossen. Mir fehlt ein letzter Datensatz. Ich schicke dir die Koordinaten des nächsten Orts. Okay. Ich steig mal ein. Da wollen wir hin. Autopilot aktivieren. Jetzt bin ich hier mal gespannt, wie der fährt. Autopilot deaktivieren. Ich muss es einfach tun. Es tut mir leid. Die müsste man in echt mal fahren, Alter. Oh Gott. Yo. Läuft. So. Die sind ausgenockt. Find ich gut. Diesen Platz auf die Straße machen. Das wollte ich nicht. Kann doch mal voll reinlatschen. Klappt ja gut. So wie zum Thema sollen die Karre in Ruhe lassen. Ey. Geht's noch? Saft Arsch. Alles okay. So. Jetzt nochmal. Warte mal. Wir hatten doch gerade eine Route, die viel kürzer war, oder nicht? Ja. Da hinten. Warte mal. So. Und dann fahren wir hier so rum. Das geht dann nämlich geringfügig schneller. So. Entschuldigung. Ich muss hier mal durch. So. Okay. Da fühlt Ihnen was zu spät. Es tut mir leid. Gut. Liefel. So. Hier können wir langen. So. Sehr gut. So. Ah, na. Es tut schon wieder. Es tut mir leid. Ah. Entschuldigung. So. 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 Wie schön das bitte aussieht. Richtig schön. Fühle ihn nicht mehr an. Fahren wir mal hier hin. Na. Wo bist du hin? Wer findet? Dem spendiere ich ein Bier. Er ist gleich da. Bereit halten. Kannst du helfen, Beckley? Diese Pisse sind hartnäckig. Die Drohnen dürfen den Server nicht zerstören, bevor ich fertig bin. Wo ist sie denn? Ah. Ja. Ist klar. Scheiße. Jetzt mach die Wichser hier fertig, ey. Sag mal. Fick doch alles, ey. Jetzt misst ich mich. Hä? Da. Ruhel. Komm, einer muss man noch. Na, dann nehmen wir zweimal. Ich brauche Hilfe. Das reicht jetzt. Ich werde schießen. Ich werde so eine Spurendrohne nicht mehr. Okay, ich hab's. So, wir können diesen Server nicht ewig mit uns rumschleppen. Und unsere Spuren sollten wir auch verwischen. Sprich weiter. Ich werde die CPUs überladen und eine Spannungsspitze verursachen, die die Batterie ruiniert. Der elektromagnetische Impuls sollte sowohl den Server als auch die Drohnen zerstören. Also hau lieber ab. Waaah. Das war doch lustig, oder? Wir haben was geklaut, den Tyrannen dieser Welt das Leben etwas schwerer gemacht. Und das Wichtigste, ich habe ein neues Spielzeug. Dann geht's jetzt zurück zum Versteck. Sabine möchte ein Briefing mit dir und deinen neuen Teamkameraden abhalten. So, warte, ich will mal kurz auf der Karte gucken. Äh, da, 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 hier. Oh Gott, Alter, Hilfe. Ich weiß, mit Gamepad ist es einfacher, aber... So. Okay, waren wir hier schon mal? Der Kreisel kommt mir bekannt vor. Ne, hier waren wir noch nicht. Hier sind wir eben nur durchgefahren. Hier geht es jetzt sofort links. Oh Gott. Oh, ich hätte den Bus erwischen sollen. Äh, ja. Sag mal. Was? Ja, jetzt despawns einfach. Natürlich. So. Entschuldigung. So, da sind wir. Mal wieder. Tatsächlich? Tatsächlich? Gute Arbeit, Team. Es ist schön, dass sich das Versteck endlich wieder füllt. Der einzige Weg, um London vor der totalen Unterdrückung zu retten, ist der Wiederaufbau des Widerstands. Wir müssen rekrutieren, trainieren und unser Arsenal auffüllen. Die Leute warten darauf, aufzubegehren und ihre Stadt zurückzuholen. Wir müssen ihnen nur zeigen, dass Dead Zack auf ihrer Seite kämpft. Okay, Team vergrößern und dann die Wichser ausschalten, die unsere Stadt ruinieren. Vergessen wir nicht die Söldner, die auf den Straßen wüten. Sie haben die Stadt an den Eiern. Und dann noch Clan Kelly. Diese Geier schlagen Kapital aus denen, die eh nichts mehr haben. Wahr, aber denkt dran, dass da noch diese Zero-Day-Hacker-Gruppe ist. Sie haben Dead Zack schon einmal besiegt und sie werden es wieder versuchen. Ich glaube, dass sie die Anschläge verübt und Dead Zack beschuldigt haben. Mit eurer Hilfe werde ich der Sache auf den Grund gehen. Dann haben wir viel zu tun. Genug geredet. Befreien wir London. Okay. Ich würde gerne noch mal hinten nachschauen. Ich habe Hinweise, mit denen wir mehr über Zero-Day und die Anschläge erfahren können. Ich habe ein verschlüsseltes Signal der Torenkonferenz abgefangen, das seit der Nacht der Anschläge in Endlosschleife sendet. Untersuch das mal. Vielleicht kannst du ja die neue AR-Technologie nutzen, die wir gestohlen, äh, die wir uns geborgt haben. Okay. Machen wir. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Tschüss. So, dann ist das hier hinten. Oh, hier. Dreimal durfte ich raten, was das hier ist. So, ist hier auch nicht in der Nähe. Ja, hier. So, hier steigen wir mal ein. Das war knapp. So, wie weit haben wir noch? Ein Kilometer. Sehr gut. Ist der Bus gerade erst gespawnt hier? Oh, hier muss man rechts. City of London. Nichts ist passiert. Stattdessen schnüffelt Albion herum wie ein Hund nach dem Knochen. Da stimmt was nicht. Guter Punkt. Badly, bringen wir das zu Ende. Wonach suche ich? Irgendein Gerät oder sonst was, das immer noch dieses Signal senden könnte. Es scheint aus dem Schutt zu kommen. Die Version von der Mondschirn-Sonate. Erster Satz habe ich noch nie gehört. So. Ich will nur gucken, was passiert. Okay. Außer Reichweite. Laufen wir da eben hin. Machen wir so. Ach, hier ist nichts hinter. Moin. Hm. Achso. Okay, ähm, dann brauchen wir jetzt nur noch die Schlüssel, die Schlüsselkarte, glaube ich, besser gesagt. Okay, ich hätte gehofft, hier passiert nix. Ach, wir sind fetzig. Oh, warte. Geh rein. Äh, ja, blöd gelaufen. Fakt, die Linger können auch hochgehen. Scheiße. Warte. Warte. So, jetzt. Gewischt. Lach dich bereit. Schlaf hier mein Arm. Bitte. Ich bin unterbeschut. Oh. Ist richtig. Oh. Ähm. Oh. Oh. Ähm. Ach so, dann eben anders. Das Ding hier, oder nicht?